Hallo aus Berlin, wir freuen uns auf einiges in 2022. Okay, ich sehe, wir sind voller Energie und vorbereitet. Wir gehen gestärkt ins neue Jahr. Wir wollen unsere Stadt grüner werden lassen mit mehr sicheren Radwegen, weniger Autos, mehr ÖPNV, auch am Stadtrand. Klimaschutz soll für Fährten ist Aufgabe werden. Und wir freuen uns als Landesvorstand besonders darauf, mit euch eng zusammenzuarbeiten, mit unseren Mitgliedern, den Parlamenten, dem Senat und der Bundesregierung. Wir wollen zeigen, dass wir den Wandel in Berlin angehen und den Neustadt-Club drücken. Metaphorisch natürlich. Moment. Wow, 22 kann kommen. 22 kann kommen. Okay, ich sehe, wir sind gut vorbereitet. Das Ziel ist, dass wir grüneren. Aber es ist ja niedriger. Nein! Nimm! Yus! Do you do this? Oh, my God! Hahahaha!